so begrüßt man sich auf hawaii warum begrüße ich heute so mit diesem hawaiianischen satz sondern besonderen grund nämlich ich möchte auf eine besondere reise mitnehmen nach hawaii zuerst mal jetzt nur zu einer hawaiianischen massage zu einer der schönsten massagen die es auf dieser welt gibt der königin unter den wellness und gesundheitsmassagen der hawaiianischen tempelmassage lomi lomi nui ich habe diese massage form auf in vielen aufenthalten auf hawaii kennenlernen dürfen genauer gesagt in hilo auf big island in honolulu auf oahu und auf kawaii der garteninsel ich kann also die original hawaiianische massage mit den hintergrundinformationen zur hawaiianischen kultur zu den mythen und legenden zur hawaiianischen sprache zur hawaiianischen musik neben den lomi massagetechniken sehr gut und authentisch vermitteln im laufe eines jahres biete ich sehr oft diese hawaiianische tempelmassage an entweder in form einer dreitägigen kurzausbildung oder in einer umfangreicheren ausbildung die in fünf tage dauert diese ausbildungen finden entweder hier bei uns in der heilakademie europa statt oder aber auch in anderen städten dort wo man mich hinruft jetzt bald sind schon wieder neue massage ausbildungen angesagt und ich möchte dich auf diese oder eine der anderen seminar termine aufmerksam machen was erwartet dich bei einer lomi massage ausbildung zunächst einmal das verständnis zur hawaiianischen kultur wir werden etwas hawaiianische sprache lernen damit du weißt wovon die rede ist sie ist relativ einfach wir deutschen können uns damit relativ gut identifizieren und auch relativ gut lernen wir werden ein pule gemeinsam sprechen also ein hawaiianisches gebet wir werden gemeinsam singen das nennt sich mele wir werden den sogenannten fregattvogelschritt erlernen oder auch den flying schritt ist bekannt und dann werden wir anfangen die ersten körperteile einzuölen zu massieren und ganz vorsichtig ganz ruhig und sehr sanft den körper des klienten berühren mit der zeit wird nach und nach die rückseite des körpers behandelt angefangen vom rücken im rücken liegt für die hawaiianer die zukunft dann werden wir irgendwann in den nächsten tagen zum zur vorderseite übergehen besonders der bauch ist ein sehr empfindlicher körperteil dort wohl die ängste die sorgen die vergangenheitsgeschichten gefahren sind die wir dann auch durch diese massage die blockaden die darin versteckt sind und manchmal sehr massiv sind locker helfen die hawaiianische massage ist deshalb auch eine art von energetischer heilmassage die im rahmen eines energetiker gewerbes auch ausgeübt werden darf hier in österreich als auch in deutschland darf sich also einladen wenn du neugierig geworden bist einmal eine solche massage vielleicht fünf tage an einem stück genießen zu können die selbst auch geben zu dürfen um später deinen partner oder deine partnerin damit zu verwöhnen oder das vielleicht sogar als zukünftigen beruf nebenberuflich oder hauptberuflich ausüben zu wollen dann lade ich hier rechts hat es ein zu einer der zukünftigen ausbildungen die bei uns oder irgendwo im deutschsprachigen raum stattfinden informiere dich ganz einfach auf unserer internetseite die unten eingeblendet ist oder ruf einfach an auch die telefonnummer findest du jetzt gleich unten eingeblendet freue mich schon darauf dich persönlich kennenzulernen malak mahalonu iloa meke aloha poemaana ahui hu